So, jetzt geht's los mit dem Trio, mit dem dritten Lernvideo für Misse Mamoradi oder Wir sind Gute Freunde. Wir sind jetzt auf der vierten Reihe. Oktave in Zug sind wir drücken. Das ist jetzt der Hilfsgriff, gut aufpassen. Ich hoffe, die Finger, seht ihr es gut? Noch einmal. Zug. Gabel, Kreuzgriff, drücken, Hilfsgriff und Oktaveabschluss. Probieren wir es noch einmal. Grundstellung, Hilfsgriff. Kreuzgriff, drücken. Da war wieder noch einmal. Abschluss, Oktaven. Das waren jetzt alle drei Teile von Misse Mamoradi oder Wir sind Gute Freunde. Ich hoffe, ihr habt es gut gesehen. Die Finger habe ich ein bisschen weggegeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich glaube, ist das. Vielen Dank.